Bad Kissingen in Unterfranken steht in den Startlöchern, was Weihnachten betrifft. Die Vorweihnachtszeit ist auch in Kissingen die schönste Zeit. Der Park wird geschmückt und die Weihnachtsstände werden in der Innenstadt wieder aufgebaut. Wie weit Corona da nochmal mitschweilt, 2022, wissen wir noch nicht. Aber es hat gute Vorzeichen, das Energiegeld für die Bürger 300 Euro sind demnächst auf dem Konto und demnächst hängen auch die Kugeln und die Beleuchtung wieder an den Bäumen. Wie weit es eine weiße Weihnacht wird in den Park Kissingen, wissen wir alle noch nicht. Aber der Weihnachtsschmuck und der strahlende Park Kissingen mit den Weihnachtsschirren, Weihnachtsbäumen ist sicher.